So Leute und es geht weiter mit der nächsten Folge bei Sleeping Dogs und wir müssen wieder ein bisschen Kohle eintreiben und das machen wir doch mal bei den Bekleidungshändler. Nein machen wir nicht, denn wir gucken uns einfach nur ein paar neue Sachen an. So, dann wollen wir uns mal ein bisschen aufstylen, damit wir hier ein bisschen cooler rüberkommen. Also, Unterhemd, ne das spricht mir jetzt, ne finde ich jetzt, mal gucken was haben wir hier für Hosen. Das sieht ja schon sehr sportlich aus, aber da finde ich unsere bisher noch gar nicht so schlecht. Die Schuhe hier, ja da können wir mal, ja ist nur die Frage, bringt uns das was? Ich würde sagen, wir sparen hier erstmal unser Geld ein bisschen. Ne Drache, äh ne Drache, ne Kette, das muss auch nicht unbedingt sein. Nein, nein, also wir, das lassen wir erstmal. So, falls ihr euch wundert, hier sehen wir es, falls ihr euch wundert, dass wir auf einmal 500 Dollar haben. Ich musste, nachdem ich das letzte Mal abgespeichert habe, geladen habe, musste ich die Sequenz nochmal neu beginnen. Deswegen sind wir auch nicht am Cola-Automaten vorbeigekommen, aber das macht ja nichts. Also, 500 Mäuse haben wir jetzt gerade da und eine Videosequenz. Das ist ja nicht so, dass ihr das gemacht habt. Hey, Jackie! Hey, Mama, Chau, hey, what's going on? Just keeping an eye on things. Yeah? What'd you see? I tell you what I didn't see. Nothing to be impressed about. I'm watching you, new guy. You fuck up. What, we're gonna throw down? What kind of grade school shit is this, huh? I work my ass off all day, so fuck off and grow up. Jackie! Hey, you're coming with me. We got something to take care of. And you! Also, die haben das gleiche Unterhemd. Don't fuck with me. Gut, also, da ist unser Kompagnon, hat er mitgenommen. Das heißt, wir sind jetzt erstmal alleine unterwegs. Und haben die Mission auch erstmal abgeschlossen. Also, ein bisschen Cop-Erfahrung, ein paar Triaden-Erfahrung und 800... Dollar. Das ist doch mal in Ordnung. Also, Cop- und Triaden-Punkte. Cop- und Triaden-Punkte gewähren Ihnen Erfahrung für den Aufstieg in die nächste Stufe. Steigen Sie auf, um neue Upgrades zu kaufen. Gut, dann machen wir doch gleich mal weiter. Und wir müssen immer noch mit den Händlern ein bisschen reden. Dann gehen wir gleich mal hier hin. Und hier bieten wir mal ein bisschen Hilfe. Geh mal weg. Gut, wir haben ein bisschen Geld bekommen. Ähm, ein bisschen Essen bekommen, was wir jetzt für die Dame hier zurückbringen sollen. Dann machen wir das doch gleich mal. 100 Meter, das schaffe ich zu Fuß. Oh, also beim Laufen müssen wir ein bisschen aufpassen. Entschuldigung, Entschuldigung. Ich glaube, wir bleiben einfach in dem... Beim Joggen, dann geht das, glaube ich, am besten. So, hier können wir durch. Okay, hier können wir nicht rüber. So, hier haben wir nochmal einen neuen Automaten, aber das sparen wir uns jetzt erstmal. Die Kohle können wir, denke ich, mal für was Besseres gebrauchen. Aber hier wollen ein paar Leute auf die Fresse. Dann zeigen wir denen doch mal hier so ein bisschen, wo es lang geht. So, mal gucken. Zack. Einmal gegen den Automaten. So, wer will noch was auf die Fresse? Aua. So, hier können wir auch wieder ein bisschen mit der Umgebung agieren. Autsch. Ja, der passt doch wie einer Eins. Da können wir, denke ich mal, hier auch nochmal einen reinschmeißen. Ei. So war das jetzt aber nicht gemeint. Und zack, rein mit dir. So, hier haben wir noch eine Telefonzelle. Dann mal rein mit dir. Zack. Was ist das für ein Kasper hier? Autsch. Das war daneben gegriffen. Das auch. Autsch. Also, jetzt müssen wir mal ein bisschen aufpassen hier. Am besten wieder ein bisschen defensiv hier. Autsch. Aufpassen jetzt. Ach, verdammt. So, also, das war ganz schön knapp von der Energie hier. Der Vibrator. Der Controller ist hier auch ordentlich am Vibrieren. Ja, das war ein schöner Versprecher. Gut, aber wir haben es geschafft zum Restaurant. Und dann reden wir mal mit der Dame. Äh, das ist für Susans Lunch. Danke. Gut, haben wir es bezahlt. Und damit haben wir ein bisschen Ansehen und ein paar Dollar bekommen. Und einen Feldbericht. Einen Feldbericht. Können wir da mal gucken. Ach nee, das ist einfach nur ein Log von allem, was wir haben. Upgrades sind, glaube ich, noch nicht. Sichern Sie sich das Smartphone. Aber wir hatten doch schon eins. Okay, das kommt erst später. Da sind wir wahrscheinlich noch ein bisschen zu klein für. Dann laufen wir mal nach oben. Und treffen uns mit Winston. Das war's. Du bist? Du bist ja, du bist in mir? Also, was du machst? Nö, nö, nö. Ich bin direkt zu dir. Ich wollte nicht machen, was du musst. Aber ohne dich zu wissen, du wissen. Also, du bist. Ein paar Jahre her, das Mann, Ming, kam zu mir und fragt mich, nachdem er nachher, warum er ein Geschäft hat. Es ist speziell, aber auch andere. Ich dachte, warum nicht? Ich nehme einen kleinen Cut von meinen Kindern. Das ist kein Problem. Aber dieses Woche, ich sende Jackie hier, und er sagt meinen Kindern, und er sagt, dass er mit DogEyes ist. Wir können uns alle zusammenfassen. Will ich einen Beispiel aus dem DogEyes machen? Der Hohmgarten wird was kommen. Jetzt, ich brauche jemanden, um mich zu machen. Gut, wir sollen ein Exempel statuieren. Und da müssen wir Kwon erst mal fragen. So, wie kommen wir hier durch? Hier haben wir eine schöne Küche. Können wir uns hier mal ein bisschen umschauen. Ah, was zu essen gibt es jetzt hier leider nicht. Na gut. Was haben wir hier hängen? Ein paar Fliegen, Hühnchen, ein Rind, oder was das hier ist? Ein halbes. Gut, wo kommen wir hier raus? So, die hier, was machen die hier Schönes? Der eine ist Zuppe, der andere ist am Telefonieren. Alles klar. Denn, beschäftigt euch mal schön. Ich mache hier die Drecksarbeit weiter. So, wie kommen wir jetzt hier raus? Ist hier noch irgendwo eine Tür? Ach, hier ist ein Durchgang. Haha. Ja, schön. So, und das Telefon. Also, hier können wir Berichte anschauen. SFPD-Akte, Biografisches Notizen, Wenschen. Also, wir sind aktuell Rangermittler. San Francisco Police Department. Versetzt nach Hongkong. Gut. Mehr haben wir hier noch nicht. Gucken wir mal. Kontakte haben wir auch keine. SMS haben wir keine. Sozialkontakte. Ups, da war ich ein bisschen zu schnell. So, Sozialknoten. Sie sind offline und bestlistener. Blablabla. Ach so, alles klar. Das geht mit Windows Live. Das brauchen wir jetzt aber nicht machen. Gut, dann gehen wir einfach mal raus. Auf der Karte haben wir ja den Pfeil. Und ein bisschen Energie wäre nicht schlecht. Wir haben nämlich nur noch die Hälfte voll. Da werde ich wohl dann nochmal hier uns eine Pepsi oder was sonst was rausholen. 30 Dollar. 1470 haben wir jetzt auch. Das ist auch schon mal gar nicht so verkehrt. Und in der Zeit, jetzt haben wir hier rechts auch die Buff-Leiste wieder. Ein Dragon-Kick. Ja. Mit der reden wir mal. So, ihr Schlampen. Die sind hier am rumtanzen. Können wir mal gucken hier. Was kann man hier mit der Kamera machen? Ja. So, aber wir sind hier geschäftlich unterwegs und nicht hier zum Vergnügen. Gucken wir hier nochmal. Nudeltopf, Lebensmittel für kurzzeitige, vollständige Gesundheitsregenerierung. Alles klar. Sind derzeit aber voll. Regeneriert. Ein bisschen Gemüse haben wir hier. Den kennen wir ja mit seinen Tarnhosen. Die alte, sollen wir aus dem Weg gehen. Gut. Hier wieder Gemüse. Und bei dem Kollegen waren wir ja schon mal. Ich bin hier von Ming. Kennst du, wo er ist? Ja. Er hat gerade den Essenstern über die Körner. Alles klar. Danke für die Info. Ist ja nicht weit weg. Dann können wir hier mal runter gehen. Und dann hauen wir dem Arschloch mal in die Fresse. So, komm her Kumpel. Du machst es für mich heute Nacht. Und wir müssen es tun. Hä? Ich muss hier so gehen. Ming! Ich habe eine Message für dich! Stopp! Also. Den laufen wir mal hinterher, dem Penner. Hey Winston! Du bist ein Arschloch. Ja. Ach so. Was? Ein Affe, ey. So. Schade, dass wir keine Knarre haben. Sonst hätten wir den hier schön hin... Autsch. Hätten wir den schön ein... Verpassen können. So. Aus dem Weg. Polizei. Ah. Alter, der Knabe ist ganz schön schnell. Aber. Wir auch. So. Aus dem Weg. Ich bin hier. In geheimer Mission. Oh, shit! Aus dem Weg. Ich bin hier. So. Kollege. Leute! Ich brauche deine Hilfe! Ach. Ja. Sowas. Sowas in einer Art dachte ich mir schon. Autsch. Da war der Kollege ein bisschen schneller. Und da ist das Bein durch. Sehr schön. Oh, was ist das denn hier? Ein Lüftungsschach. Na. Ach komm. Junge. Werde ich doch nicht. Geh rein mit dem Kopf hier. Und gut ist. So. Ach. Ach. Da sollte jemand in die Mülltonne. Ja. Das ist doch schön. Komm. So. So, Kollege. Ab. So. Einmal Sondermüll hier abgegeben. Ach komm. Nein. Komm. Ach. Was ist denn da los? So. Endlich. So. Wo ist der Kollege? Ist der hier hoch? Oder was? Jawohl. Mit dem Messer und schickt hier seine Schläger vor. Was ein Feigling. Und rein in den Lüftungsschach. Ab mit dem Gesicht. In den Ventilator. Hier haben wir noch einen. Du hast auch einen. Kannst du froh sein, dass dein Kollege dir nochmal den Arsch gerettet hat, Kumpel? Alter. Willst du mich verarschen? So. Rein mit dir. Und du kommst hier rein. Dann sind die Batterien wieder voll. Ja. Genau. Am besten beide hinter. Au. Au. Aufpassen. Aufpassen. So. Jetzt müssen wir aufpassen. Hier. Nein. Ah. Da habe ich es nicht geschafft rechtzeitig zu reagieren. Schade. 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 Also. Wir sind. Ups. Wir sind einmal drauf gegangen. Das heißt. In der nächsten Folge geht es hier aber gleich weiter. Mit. Sleeping Dogs. Und diesmal machen wir die Penna fertig. Also. Bis gleich. Los zurück. Das war's für heute.